Moin Leute, hier ist euer Phantomas, ich wollte mich nur mal melden, ich bin gerade hart am zocken, Xbox One ist am Start, es tut mir leid, dass jetzt irgendwann gerade keine Videos kommen, ich schulde euch auch noch, ein Gewinner des Advent, Advent im Movie Land, das kommt aber noch, denn im Moment ist meine Internetverbindung im Arsch, ich habe gerade den Internetanbieter gewechselt und es hat nichts geklappt, der Techniker war da, der Techniker muss schon wiederkommen, ich habe einen Totalausfall, alles Chaos, es tut mir wirklich leid, ich hoffe, ihr könnt es noch ein bisschen verkraften, am Wochenende kommt auf jeden Fall hoffentlich wieder Videos und dann werden auch die Gewinner bekannt gegeben, alle Gewinner des Gewinnspiels, was ich vorher hatte, wo ich die drei Preise verlost habe, schreibt mir bitte nochmal dringend eine E-Mail an gerhard80.gmx.net, das wäre wichtig, damit ihr eure Preise bekommt. Ich habe da leider auch wieder Mist gebaut und ich hatte keinen E-Mail-Account und alles, deswegen schreibt mir bitte und bleibt dran, ich bin immer noch am Leben und es läuft, bis dann und tschüss, Dankeschön.